Im ersten Teil unseres Videos haben wir euch bereits verraten, was Ben McKenzie & Co. nach OC California gemacht haben. Was die anderen Darsteller angeht, erfahrt ihr jetzt mehr! Peter Gallagher alias Sandy Cohen war das moralische Herz der Serie und auch er hat in den Jahren danach in unzähligen Serien mal kleinere, aber auch mal größere Rollen gehabt. Zu den prominenteren Vertretern zählen dabei Californication, New Girl oder auch Law & Order New York. Zudem sah man den Schauspieler unter anderem in Bad Moms 2 oder in After Passion im Jahr 2019. Seine Serienfrau, Kirsten Cohen, wurde von Kelly Rowan gespielt. Sie ging ihre Karriere nach OC eher entspannt an. 2009 war sie in einer Folge von CSI Miami mit am Start sowie 2015 in einer Episode von Castle. Ansonsten ergatterte sie eine größere Rolle in Perception. Zu Melinda Clark, die Julie Cooper Nickel spielte, verband man lange eine Hassliebe in OC California. Auch ihre Karriere fokussierte sich überwiegend auf Serien. Dazu zählten CSI Vegas, Entourage, in der sie sich selbst spielte, oder auch Nikita. In Gotham sah man sie dann erneut neben Ben McKenzie. Bekannt ist auch ihr Engagement in The Vampire Diaries. In der Serie Entourage war auch Autumn Reza mit an Bord, die quasi Misha Barton in OC California beerbte und Taylor Townsend spielte. Neben Entourage folgten unzählige Engagements in Serien und Filmen. Dabei waren beispielsweise Hawaii Five-O oder My Superhero Family. Zu guter Letzt wäre da noch Willa Holland, die in die Rolle der rebellischen Caitlin Cooper schlüpfte. Die Schauspielerin tauchte später in Gossip Girl wieder auf und ist vor allem für ihre Rolle in Arrow bekannt, in der sie die Serienschwester von Stephen Amell spielte. Wer es vergessen hat, in kleineren Rollen waren auch die späteren Hollywood-Superstars Chris Pratt und Olivia Wilde bereits in OC California mit an Bord. Verrückt, oder?